In Ordnung, bestätigt. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Bestätigt. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Ach ja, und dann jagen sich die Flammenwerfer wieder selber in die Luft. Also das ist, äh, ja, also momentan minimal nervig, gebe ich zu. Aber, wie gesagt, wir probieren das jetzt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schon dabei. In Ordnung. Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schon dabei. Jawohl, Sir. Bestätigen. Blech auf. Jawohl, Sir. Einheit verloren. In Ordnung. Sofort, Sir. Einheit verloren. War zwar auch wieder schlecht gelöst, aber wenigstens haben wir jetzt den Grundsatz einer Einheit noch mitgenommen und unsere Panzer leben noch alle. Bestätigen. Jawohl, Sir. Schon dabei. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Natürlich kann er so einfach platt fahren. Das ist ja kein Problem. Einheit verloren. Jawohl, Sir. In Klasse. Jawohl, Sir. Wir müssen leider davon ausgehen, dass er es schafft, wieder einige... dass er es schafft, wieder genau einen Sammler loszuschicken. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Aber vielleicht hat er jetzt nichts mehr, wo so ein Skruss hinterher stecken kann, weil er alles zerstört worden ist. Bestätigen. In Ordnung. Bestätigen. Breche auf. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Schon dabei. Jawohl, Sir. Bestätigen. In Ordnung. Bestätigen. In Ordnung. Bestätigen. Jawohl, Sir. Breche auf. Bestätigen. Jawohl, Sir. Kommen Sie die auch fast alle tot? Jawohl, Sir. Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigen. Einheit verloren. Ob ich nochmal neu laden sollte, wegen meinen Flammenwerfern, die fehlen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Support, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Recher auf. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Danke. Und vor mit euch. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schon dabei. Was für ein heilloses Durcheinander. Ich darf mich vorstellen, ich bin der größte Feldherr überhaupt. Bestätigt. Bestätigt. Jawohl, Sir. 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 Jawohl, Jawohl, Sir. Jawohl, Jawohl, Sir. Jawohl, Jawohl, Sir. Jawohl, 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 Jaw Natürlich hat er gleich den nächsten Sammler am Start. Können wir bloß wieder per Motorrad verfolgen lassen wahrscheinlich. Er muss ja irgendwann zwangsläufig kein Geld mehr haben. Das muss ja bald mal eintreffen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Kein Problem. Konstruktion fertig. Einheit verloren. Ach, genau. Hier habe ich gespeichert, nachdem ich meine ganzen Einheiten verloren habe. Ich brauche sofort, nicht, dass ich hier wieder den gleichen Fehler mache, ein paar solche Einheiten. Jawohl, Sir. In Ordnung. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Schon dabei. Konstruktion fertig. Einheit verloren. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl. Recher auf. Recher auf. Bestätigt. Verstärkungen sind eingetroffen. In Ordnung. Jawohl, Sir. Recher auf. Was war ich befürchtet? Es wird derbeworfen Ehfas Todes. Sehr gut. Besser als befürchtet. Schaut es hier drüben aus. Rode Energie, das sehe ich gerne. So, neue Unterstützung hierfür. Ich meine, früher oder später müssen ja die Ressourcen ausgehen. Hoffe ich zumindest. Ne, jetzt hier glaube ich jetzt hier in der so nicht aufgedeckt. So, weil das Ding ist nämlich, die schicke ich jetzt allein vor, weil du wirst nämlich eklig hier wieder alle umbringen. Also, das weiß ich mal nicht. Ich sehe keinen neuen Sammler. Wir können in Ruhe sammeln und aufbauen. Wetter, 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 dass mich die Mission direkt so aushebeln, nachdem ich, äh, ja, groß ankündige, ich möchte unbedingt mehr Missionen mit Basenbau haben. Ist schon, ja. Aber gut, klar, werden wir jetzt mal festhalten. Fehler Nummer 1 hier, die haben viel zu viel Schaden kassiert. Fehler Nummer 2, ich bin jetzt schnell noch zur Basis, von der ich nicht wusste, dass es sie gibt. Aber egal. Fehler Nummer 3, fällt mir jetzt auf Anhieb keiner ein, wir haben das hier eigentlich halbwegs souverän gel... Da ist ja schon wieder einer da. Das dachte ich mir. Ne, gut, ein Panzer gegen 10 Grenadierer zu tauschen, das kann ich gerade noch so verkraften. Ne, komm, jetzt hier, ich will den, der eh schon beschädigt ist. Jawohl, Sir, schon dabei, jawohl, Sir, schon dabei, jawohl, Sir, schon dabei, jawohl, Sir, rechte auf, jawohl, Sir, in Ordnung, direkt schön drauf halten, der kriegt nix. Da kommen sie wieder direkt angerannt, habe ich hier noch neue Panzer, nein, oh, habe ich hier wieder ein bisschen Geld. Oh, ich habe hier noch einen Panzer. Jawohl, Sir, in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung, Das war sehr knapp, haben sie sich wieder fast selber umgebracht. Ich bin kein Freund dieser Suizideinheiten, sage ich ganz ehrlich, auch wenn die eigentlich ganz anders konzeptioniert sind. Das war jetzt einfach einzelner Grenadier, ist jetzt hier Feierabend. Ist doch kein Problem, ich erkläre immer gern zehnmal, was ich machen muss, vor allem dann, wenn es schnell Schlag auf Schlag gehen muss. Warte mal, einen tue ich weg. Wollen wir dafür lieber nochmal zwei Flammenwerfer? Boah, diese Drecksraten, ne, mit ihren Fliegerbomben, aber es scheint schnuss zu sein, ich sehe keine neue Einheit, zumindest noch nicht, aber jetzt, wenn ich das sage, taucht wieder eine auf? Ne, bis jetzt geht's. Okay, ich glaube, wir haben es. Das Schlimmste ist soweit erledigt. Ja, die Motore hier sind echt sehr hilfreich, um die Summler zu verfolgen, also wenn man die da geschickt einsetzt, oder natürlich auch hier und dafür ein paar Erkundungsfahrten. So, ich denke mal, das Gröbste sollten wir geschafft haben. Dann können wir uns da schon mal ein bisschen auf die Dinger zubewegen. Klar kommen da jetzt wieder welche. Die werden wahrscheinlich die ganze Zeit immer wieder kommen, aber wenigstens ist dann hier Schluss. Wenn die hier regelmäßig kommen, muss ich das irgendwie mit einkalkulieren, auch wenn ich noch nicht weiß, wie. Könnt ihr hier rüberschießen? Das könnt ihr sogar. Äh, da wird er, wird er, was für ein Tau ziehen. Schießt der mit seiner Pistole gerade auf meinen Panzer? Ja, ich bin schockiert. Und hier ist noch eine Forschungsstation von ihm. Ach, hätten wir das wohl einreißen können, oder was? Oder nehmen können wir den Jinn? Steht hier so offensichtlich, äh, steht hier so offensichtlich auf der Seite, aber jagen wir es einfach mal hoch. Ach, aber das sollen jetzt diese Tiberium-Forschungen sein, die wir in der Mitte auch hatten, von der GDI-Kampagne. Das gibt's nicht. Ach so, weil die die Gebäude verkauft haben, ne? Ja. Jawohl, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf, schon dabei. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Oh, wenigstens ist das. Und jetzt hier auf, irgendeinen Quatsch hier verkaufen zu wollen. Reche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Reche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Bestätigt. Wird gebaut. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Reche auf. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Hä, was? Was war das denn jetzt? Ach nein, weil die dämlichen... Oh, nee, hoffentlich... Wenn ich das jetzt hier... Warte mal. Okay, das ist sechs Sekunden früher. Dann nehmen wir lieber das da. Was? Nein, hä? Die Uhrzeit passt doch... Ach so. Natürlich. Ach nee. Ja, es waren sechs Minuten in sechs Sekunden. Das heißt, hier habe ich noch nichts zerstört. Hier kommt dann auch gleich der... Der Dings angefahren, der Sammler wieder, wenn ich da was zerstöre. Hä? Wollte mich jetzt ver... Ach so. Ach du, muss ich da ganz ehrlich sagen, das ist mir jetzt zu blöd und mir egal. Wir lassen euch hier so stehen und uns hier oben neue Einheiten. Also wer so blöd ist, dem kann ich einfach nicht helfen. Ernsthaft? Dadurch ist auch keine Lust, nochmal neu zu laden. Ihr lieben Leute von heute und morgen und übermorgen, aber bei so viel Idiotenreichtum an einer Stelle, muss ich leider sagen, da hält sich meine Geduld und meine Kontenanz in Grenzen. Wieso raucht jetzt der? Ach so, wahrscheinlich, weil da irgendwie einer durchschlägt. Ich habe aber keine Lust, hier Gebäude anzugreifen, von denen zumindest nicht ohne Verstärkung. Weil wenn die jetzt wieder Gebäude verkaufen, taucht gleich wieder ein Sammler auf, der mir vorbeifährt. Und das muss ja nicht sein. Aber wir nehmen dich mal zur Erkundung da unten gar noch ins Eck mit rein. Natürlich werden wir hier direkt beschossen. Aber okay, gibt Schlimmeres. Zum Beispiel ziemlich dämliche Flammenwerfer. Hier fährt eine ganze Kolonne. Wenn die jetzt ein Direktbefehl gibt, werden die eh wieder ins Kienische, genau, Feuer reinlaufen. Was? Ach so, wird das so einer wahrscheinlich. Hör doch mal auf, in einer Tour deine Sachen zu verkaufen. Das ist so anstrengend. Ernsthaft. Bestätigt. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Recher auf. Aber wenigstens konnten wir sie alle überfahren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Hier noch einer. Ach, der läuft ja immer noch hinten im Kreis. Benötigen wir nicht. Jetzt haben sie... Ach so, der hat jetzt einfach da wieder einen neuen Turm hingebaut. Auch interessant. Jawohl, Sir. Schon dabei. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Recher auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestärkungen sind eingetroffen. Einheit verloren. Bildmittel unzureichend. Bestätigt. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Der hat hier quasi nur nochmal in neue Verteidigungseinlagen investiert. Okay, naja gut. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jetzt ist der mit der vollen Kamera oben rumgefahren. Der ist so blöder Junge, ne? Jawohl, Sir. Der ist blöder. Recher auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jawohl, Sir. Waren wir jetzt hier weiter. Wunderbar. In Ordnung. Bestätigt. Schon dabei. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Ich glaube, wir haben es fast. Jawohl, Sir. Du darfst das zerstören? Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schon dabei. Jawohl, Sir. Bestätigt. Jetzt steht ja schon wieder so ein Ding. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Breche auf. Breche auf. Breche auf. Bestätigt. Weißt du was? Da reißen wir hier einfach mal seinen Bauhof ein. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Wenn er das denn so haben möchte, dass er dann immer wieder neue Sachen hinbaut. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Hätte ich vielleicht auch schon vor drei, vier Gebäuden machen sollen, aber das Thema ist jetzt erledigt. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Verstärkungen sind... Achso. Panzer und Co. Siehst du auch, deswegen ist es verwirrt. Verstärkungen sind eingetroffen. Verstärkungen sind eingetroffen. Vielen Dank.